Pass auf, Erik, bleib hier, bleib hier. Das Build ist bei mir, wo seid ihr so? Kommt, Kontrollraum, wie das heißt. Ja, okay, pass auf, pass auf, Erik. Coming in hot. Sie ist im Face. Ooooooh! Bist du hochgegangen? Nee. Ach, du hättest hochgehen müssen. Ich bin in deinem Schra... Sie hat's gesehen. Ja. Oh! Du! Oh mein Gott, ich wollte... Ich hab gedacht, ich hab Fieber dabei. Er hat sich selber geblendet, nice. Boah. Erik, bist du hinter dir oder in der Filhe? Hinter mir, aber ich bin... Ich hab eine God-Pellet geworfen. Erik, ich bin in deinem Schrank. Ich habe absolut keine Angst mehr. Nice. Warte, warte, warte. Ich bin im ersten Schrank. Ich bin hier oben. Die sind weg! Die Paletten sind einfach weg. Ich hab nur eine God-Pellet geschmissen. Uff! Hier, hier ist noch eine links. Oh, guck mal, wo wir wieder sind. Oh, da warte, ich geh in den Schrank. Gib mir, gib mir vor nen Minute. Ich bin hier oben im Schrank, pass auf, ich bin hier oben, ach schade. Ja, warte, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Der geht noch, der geht noch, der geht noch, ich zähle auf dich! Nein! Der ist zurück, oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Don't do this. We need you. Nein! Wirklich auf ner Randy. Für gut, nice. Oh, Phil ist rausgekommen, nice. Hat gereicht, nice, geil. Okay, ich bin immer noch komplett erschöpft, ne? Haha, let's go. Ne, ich bin dead. Oh, hier ist ne, hier ist ne, hier ist, oh, vielleicht läuft's hier, oh, vielleicht. Oh. Mit ein bisschen Glück. Oh mein Gott, Phil, Phil. Nice. Geil. Alter, was ist denn hier los? Wir sind nur so alle kurz vorm Abnippel, weißt du? Oh no. Oh, ich geh mal ins Boot, ich muss mich halt echt mal heilen, ne? Ja, mach mal ne Pause. Aber die Kiste ist unbedingt noch öffnen. No, 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 no. Ja, hier bin ich da. Oh, ich hab doch gerade irgendwo meine Käste gesehen, die ich eben als aufmachen wollte. Na, jetzt müsste der Meister. Sehr gut. Oh, in den Schrank, in den Schrank, in den Schrank. jetzt bekommen sie es ich komme zurück ich komme zurück ich bin aber wieder jetzt bin ich wieder in der falle ich will doch nur meine kiste in bälle aber wir können es gerne noch mal machen ganz ehrlich dass ich kann dass mich rein dass ich doch ein junge mann ich stehe ganz klar vorm schrank ich kämpfe ja ich bin genau sehr gut jana pass auf bist du bist du bist du oben ich bin okay ich komme hoch okay pass auf da gehe ich wieder unten lang und geht es geht sie den ersten schrank nach rechter rechter rechts nahe ist und jetzt noch ist das überleben jetzt erstmal wieder erschöpfung raus ich gucke mir die chance aber so ein bisschen hat schon jemand ready hälfte für diese zwei mörder ich versuche ich versuche keine als ob der das gemerkt hat ich bin im schrank einer schöpfung ist weg ich bin ich habe mich noch kurz kommen kommst du zur palette ich versuche ihn ja ich komme jetzt zum schrank ich bin ich bin gar nicht da ich bin gar nicht da warum ich habe jana gekriegt habe ich habe das stimmt ja deshalb der sammier dran der sammier dran ok ich bin im ersten schrank ich muss perle droppen mach mal schnell ihre werke werke weg ich bin im ersten schrank oben das ist immer so machen wenn der killer den unten bekommt denn her und ja direkt hoch immer dann schön hoch ja 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 nicht so auffällig ist okay ist okay ich will den tic-tac geben und er kommt von rechts ok er will die er hat erkannt dass er jemand sein könnte ja das heißt jetzt nur noch außen rum ja 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 wir haben ihn findet er hat sich gesehen was willst du tun er weiß dass ich hier bin müssen ist der meister ok nice exponentiell und so und er lässt mich wieder ja sehr gut das ist auch connected wie frech kommt er 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 kommt so was man ja der hätte auf jeden fall aufgemacht oder kommt kollegen kommen ab in den schrank also ich hab gedacht er macht jetzt wusch mit der fähigkeit ne warte warte er ist in der nähe ich hab gedacht er macht jetzt wusch mit der fähigkeit weißt ne warte warte er ist in der nähe die macht nur die drop bei mir immer so als wenn jemand hier drin ist ihm ist das egal aber ich gehe dann oben im schrank weil unten ist schon ein bisschen zu offensichtlich ich habe ihn geholt let's go oh mein gott ich gehe im ersten stand ja ich bin genau woanders ich kann versucht zu euch zu kommen aber wird schwierig so bescheid wo ich betont ich bin ich tot ich denke warum habe ich ein deutsch bekommen ich bin im ersten schrank falls jemand drum kommt und ich gehe so jetzt hoch ja ja so schaffst du das diesmal ja ich habe ja genau genau hier lang beng ich hätte ich holen können ich hätte mich zwei hätte uns machen müssen meister macht bett man macht super ich bin derzeit das haben sie folgen ich verfolge ich bin im schrank ja aber ich habe nicht mehr viel zeit zum mitten irgendwo ja ist ok wo ist er da ist er er wollte ich habe das mit absichtlich gemacht alles gut dann ist aber ok 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 erstadassee nicht ok ich hätte mal sind der es verkackt hätte ich ja das wär's ich werde entkommen leute der kraft nein der die kraft und hätte gesehen und ab in den schwamm naja der war so unsauber wenn du das sagst und fühlst du das auch auf einmal ich bin oben ist er ist einfach gegangen ich bin in der palette du machst kein cj doch 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 komm auf meine seite komm 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 oh mein gott ist doch nicht geflogen ja ist doch nicht nice ja wie das jetzt wie ich das geschafft habe keine ahnung frag mich andere dinge aber ja also du kannst aufheben gehen ich habe ihn unter kontrolle gerade der grund ist eine kollege ja ich bin gerade wir sollten ein reset machen mach lieber ein reset ja ich sehe viel da hinten alles gut mir geht es mir geht es gut ich habe ein fühlungsrahmen mitgenommen damit ist er du 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 kommst du ich versuch es am jeden Tag ehrlich jetzt kommt der hoch ich trau mich einfach alles ich bin komm ich zu euch ich bin gerade nicht sicher nee nee du lässt mir andere richtung Hast du da eine Palette, ja, ne? Äh, ja, ja. Oh, Crash. Ich komm zu euch. Verspreche ich euch. Oh Gott. Ich würde ja mit tanken, oder? Nein. Geht still ins Mittel. Yes. Du rennst in die richtige Richtung. Ja, ich hab aber nichts mehr. Du, das zu, das zu. Ja, ich bin auch... Nice. Oh, nee. Der kriegt mich einfach nicht aufgehangen, ne? Der muss so sauer sein. Oh, no. Willkommen nach oben. Ich bin im ersten Schrank. Echt? Nice. Surprise, motherfucker. Jetzt, jetzt, jetzt. Gehen Schrank, gehen Schrank, gehen Schrank. Oh mein Gott. Oh, ist zu laut. Ein bisschen zu laut, ne? Ne, ist egal. Nice. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Oh, der Typ wird so sauer sein. Oh, er ist immer noch an mir. So ein zweiter Name, ist sauer. Okay. Wir sind ja... Nähe, Kontrollraum. Und macht jemand Jens, oder ist es mal mein Jens? Ne, ist mein Jens. Okay. Ja, ja, ich weiß, welches Spiel du spielst, du warst. Wie viel, Phil, der ist rechts, dann klickst du nach unten. Phil ist gedroppt. Oh. Was machen wir Sachen? Oh, nein, keine Palloten, nein. Aber unten, meinst du? Hm, rechts. Ja, ich hab's gesehen, hab's gesehen. Phil, wenn du hier langläufst, dank. Ja, der Locker kann nicht. Mr. Meister weiß, wo. Da spielen, Mr. Meister. Yes, ich komme aus. Ich gehst du, Mr. Meister. Okay, ich geh ins Spiel. Warum bin ich nicht schrecklich? Ich bin gespielt. Halt immer ein bisschen aufhören. Ja, okay. Und dann, wenn es geht, du weißt, wo ich liege? Hm, du liegst gar nicht. Fangfrage. Aber dies ist ein Jungle Gym mit zwei Schränken an der Treppe in der Nähe. Oh. Nein. Es macht Sinn. Es macht Sinn. Erik. Nein, Jana. Nein, Jana. Ich bin jetzt, also meine Schöpfung ist auch jetzt weg. Ja, ich komme. Perfekt, 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 perfekt. Bist du hier irgendwo? Ja. Bang. Er hat nicht gesehen, geh in den Schrank. Ja. Gerade aus rechts. Hallo. Fang. Oh mein Gott. Ich fahre auch wieder zurück. Back to the Schrank. Ich bin im Schrank. Nee, ich versuche zurückzukommen. Oh, das wird sowas von knapp. Okay, Timing. Nice. Boah. Er kommt mit dem Schneebar drunter. Echt jetzt? Ja, da ist er! Okay, jetzt ich zuerst, ich zuerst, ich zuerst. Noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Ich habe sogar eine Barbie, dann guck's. Dann funktioniert er doch nicht. What? Oh, Jana. Oh mein Gott. Egal, wie so ein Fresh. Was? Er steht einfach vor mir. Echt? Ich dachte, er disconnected. Hier machen wir Gents jetzt, oder was? Oh no. Oh, easy. Ich glaube, da kann auch mehr. Wir haben einen Bubacken gut gemacht. Yay! Backpfeifen! Zackpfeifen! Bobo, 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 Bobo. Oh mein Gott, warte mal. Boop. Ihr kennt das Spiel, ne? Yes! Oh! Nee, Jana, bleib hier, wir schenken ihm die Kills. Außer Ereger ist Toxic. Das sah krass aus, wie der Schneemann explodiert ist. Warum das? Ich habe mich gerade ganz ernsthaft gefragt, ob jetzt einfach nur ein Schneemann aufgespießt wird, oder?